Hallo alle zusammen, ich bin die Ante und das sind die Superkids aus Hausmannstedt. In zwei Wochen, am 2. Juni, um 16 Uhr haben wir in der Neuen-Mütten-Schule unsere Aufführung. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch bald lobt. Tschüss! Untertitelung. BR 2018 Hallo, ich bin die Bianca. Hallo, ich bin die Leni. Hallo, ich bin die Lea. Hallo, ich bin die Lihoni. Hallo, ich bin die Jasmin. Hallo, ich bin die Rania. Hallo, ich bin die Kira. Hallo, ich bin die Helena. Hallo, ich bin die Lino. Und ich bin die Anke und ich freue mich schon auf meinen Zumba-Sommerkurs dieses Jahr in Hausmarkstetten und im Herbst geht es wieder weiter mit Zumba for Kids. Und ich bin die Anke und ich freue mich schon auf meinen Zumba-Sommerkurs.